Hallo Leute und herzlich willkommen zu Blair Witch. Wir sind hier gerade am weiterlaufen, weil Bullet irgendwie... Also er ist ja verletzt und wir waren ungefähr das letzte Mal stehen geblieben. Und ja, wir machen weiter. Neulich beim Herz klopfen, oder ich höre es zumindest. Die schon überhört oder was? Oh ne, jetzt ist hier alles genau gleich. Das gefällt mir nicht. Och ne ey, müssen wir ihn jetzt machen. Wir laufen einfach weiter, oder? Würde ich sagen. Ich glaube, also das Ziel ist, ich glaube es heißt, Let Dying Dogs Lie, also lasst stürmende Hunde liegen. Ich weiß nicht, sollen wir ihm glauben, aber wahrscheinlich hat er es ja die Hexe geschrieben, oder der Magier, der Hexe, keine Ahnung. Wir machen das nicht, wir tragen Bullet weiter. Hey, so was geht jetzt? So, was ist das? Das ist das, was ist das, was ist das, was ist das? Das ist ein gutes Zeichen. Das ist irgendwie ein Labyrinth, eigentlich. Ich bin verwirrt. Hä? Wow. Was? Die zur Hölle geht hier ab? Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall nichts Gutes. Alter. Wir sollen hochschauen. Ich kann es auf jeden Fall nicht geben. Ich bin offen, ich kann es auf jeden Fall reden. Oh nein, oh nein. Ich würde vor allem gerne wissen, was mit Bullitt los ist. Wir sind auch sehr langsam. Ich glaube wir werden langsam verrückt. Langsam aber sicher. Ja, ich glaube. Wir sehen, was du getan hast. Wenn du wie du kannst, kannst du nur schrecklich machen. Nein. Du hast das gemacht. Für mich. All ich habe gemacht war, was dir eine選nung. Du hast den Pferd, und jetzt ist er tot. Ich habe dich verletzt. Ich habe dich verletzt. Jetzt hast du nichts. Jetzt bist du bereit. Komm, es ist Zeit. Jess, ich bin so sorry. Für alles. Wenn nur ich... Wenn nur ich... Wenn nur ich dich nicht verletzt habe. Wenn nur ich... Jess, bitte. Ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Du hast sie verletzt, Alice. Was? Du bist ein Verletziger und ein Verletziger. Nein. Ich bin weg, Alice. Wisst ihr, was du musst? Be ein Mann, für einmal. Ich bin mal ein Mann, für einmal. Ich bin nicht verletzt. Ich bin jetzt nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Schon wieder ein Campsite Geht das schon mal unser einziger Weg hier hoch Dann gehen wir hier hoch Also ich war jetzt oben, aber oben war nix Ja, also Leute, guck mal Wir sehen jetzt hier unten ist das Campsite Jetzt sind wir hier hochgelaufen Und hier wäre ja eigentlich ein Durchgang, aber Ich komme hier einfach nicht durch Hier ist einfach eine Wand Und ich weiß halt jetzt nicht ganz Wo ich sonst durch soll Ich meine, wir haben keinen anderen Weg Dann würde ich erstmal sagen, war es das mit dieser Folge Blair Witch erstmal Also das Spiel ist auf jeden Fall interessant Vor allem, dass es immer noch nicht fertig ist, ey Und ja, rest in peace Will it, würde ich sagen Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020